herzlich willkommen hier zu minecraft und ja wieder mit drachen soldat hallo und wir sind jetzt hat es mal umgeändert wir waren ja beim letzten mal auf der suche nach was ich war auf der suche nach monstern ist meine große das weiß ich nicht wo die ist also okay so erst mal wieder alles ordner nach dem letzten tod es regnet so ich war ja noch ein bisschen auf sprengstoff suche beim letzten so das wird aber jetzt heute haben beschlossen das wird die letzte aufnahme session für diese folge für diese stoff für diese strafe ja und danach es wird weitergehen aber eben wie schon beim letzten mal erwähnt erst später mal schnell noch ein bisschen holz ab damit ich immer genügend holz ab und glück dass ich letzten zwei gemacht habe weißt ob bei diesen eisgebilde irgendwas noch dabei ist so scheiße weil ich habe so ein eisgebilde gefunden weißt ob da ob man da irgendwas finden kann kann ich dir nicht lohnen schein auch nur also so ist alles aus schnee eis also schnee und eis ist das ganze ich musste gerade schnell aus den settings raus weil ich direkt ein last gesehen gehört habe alles nur weil man hier ich glaube ich komme jetzt aber auch zurück weil so viel habe ich ja nicht mehr und es dauert ja auch immerhin noch ein paar tage bis ich zurück also minimum ein fußmarsch also einen tagesmarsch ich habe mir jetzt hier gerade erst mal eingebaut weil die vom blaze attackiert wurde unser drachen steckt im netter es sei denn du weißt irgendwo ganz einfachen lavasee ist bei uns nicht auch in der gegend irgendwo lavasee meinte alles war in meiner anderen welt wogegen drei drei skelette habe ich keine chance auch in der Da wird ganz sicherlich nicht runtergehen. So, oh, ouch. Allahopsala, und ouch, das war jetzt zu kurz. Ah, ich bin schon was auf Lava Höhe. Das ist doch das Schöne an diesen massiven Festerfestungen. Graben Sie einfach in einer bis auf Lava Höhe. So, wir wollten ja jetzt noch die Brücke bauen, bevor wir jetzt mit der Staffel enden. Heißt, wir müssen innerhalb von zwei Stunden jetzt die Brücke bauen. Ja. Wir haben, wen haben wir angefangen? So um drei, so volle Stunde. So. Das heißt, ja. Genau, das was es ist, heißt es auch. So. 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 Irgendwo hier jetzt gerade aus. Wo hier jetzt gerade aus. Ich glaube ich muss schwimmen. und die wörter nicht rausgehen wir haben umso mehr umso länger du wartest umso mehr gäste das problem sind nicht die gäste das problem sind die plays also place ja weil umso länger du wartest umso mehr sporten doch das hier war die ecke so ja klar das loch was ich mir gekramm hab um hier runter zu kommen sind sich nicht wenn ich unten davor stehe sagt man sieht auf dem hintergrund nix ja ist wirklich nachteil so wenn ich jetzt an meist ältischen bergen vorbeifahre weil ich noch nie gesehen habe ich bin so falsch klopfen na gut aber ich weiß dann kommt ja ist ich weiß ein kompass hinterher im boot fahr ich jetzt richtung doch mein sportpunkt müsst ihr zu hause sein ich glaube ich muss jetzt fast wieder unboot weitermachen schaue ich mal einfach am außen rum ob ich dann da recht